Manchmal kommt es vor, dass auch die Eltern größere Geschenke bekommen. Da ist es natürlich in dem Zusammenhang so, dass das nicht nur die Schenkung ist, sondern natürlich auch der schlimmere Fall, der Erbfall. Was du jetzt als Elternteil beachten musst oder im Schenkungsfall, wenn du deinen Eltern etwas schenken willst, wissen musst, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Eine wichtige Info vorab, wenn du Steuern mit Kopf noch nicht abonniert hast, dann lass ein Abo da. Vergiss auch nicht die Glocke zu drücken, sonst wirst du nicht informiert, dass neue Videos kommen oder zum Beispiel natürlich, wenn auch mal der Livestream online ist und dementsprechend auch mal auf Facebook und Instagram vorbei ist. Auf Instagram gibt es jetzt auch immer wieder mal ein paar Livestreams, da vor allem natürlich, wenn News online kommen und auf Facebook natürlich werden immer mal wieder nette und interessante Artikel zum Thema Steuern, Steuern sparen und Sonstiges gepostet. Fangen wir jetzt in diesem Zusammenhang leider mit dem traurigen Teil an. Und zwar, Erbschaften sind natürlich keine leichte Angelegenheit und natürlich vor allem auch für Eltern immer sehr schwierig, wenn das eigene Kind verstorben ist. Doch wenn Vermögen da ist, dann ist das nicht nur unschön natürlich für den Umstand an sich, sondern ist natürlich auch der Umstand, dass auch Steuern anfallen können. Im Erbfall sind Eltern der Steuerklasse 1 zuzuordnen. Der Freibetrag beläuft sich dann in diesem Zusammenhang auf 100.000 Euro. Das bedeutet, dass hier ein Vermögen von 100.000 Euro übertragen werden kann. Und das hat natürlich dann, wie gesagt, den Nachteil, dass alles, was darüber sozusagen anfällt, über den Freibetrag hinausgeht, versteuert werden muss mit der Erbschaftsteuer. Das wären in dem Fall eine Steuerbelastung zwischen 7 und 30 Prozent in der Steuerklasse 1. Weitere Freibeträge. Neben dem allgemeinen Freibetrag von 100.000 Euro gibt es noch zwei weitere Freibeträge. Und zwar zum einen den Freibetrag für Hausrat und den Freibetrag für andere bewegliche Gegenstände. Der Freibetrag für Hausrat beträgt 41.000 Euro. Hier ist es aber wirklich so, dass nur der ganz einfach Hausrat mit rein zählt. Und das sind, wie gesagt, Kleidung, Schmuck, sonstiges, aber auch natürlich dann nur nicht so wertvolle Sachen, die natürlich dann hier mit reinfallen. Das heißt, wenn zum Beispiel der Erblasser, also sprich das Kind in diesem Fall, wirklich teure Möbel hat, wo du, wie gesagt, schon, glaube ich, vier Möbelstücke zum Beispiel, sowas für 10.000, 15.000 Euro hast, also dann wärst du natürlich über diesen Freibetrag drüber und du müsstest diese Möbel zusätzlich versteuern. Weiter geht es natürlich mit dem Freibetrag für andere bewegliche Gegenstände. In diesem Zusammenhang ist es natürlich so, dass hier das Kfz, das Motorrad, Boote und sonstiges drunter fallen. Das heißt, auch hier kann es natürlich sein, dass du für den Pkw, den du, wie gesagt, von deinem Kind bekommst, also geerbt bekommst, ganz einfach Steuern zahlen musst. Und hier ist es natürlich so, dass man in diesem Zusammenhang ganz einfach diesen Freibetrag kennen sollte, aber er, wie gesagt, oftmals aufgebraucht ist, vor allem dann, wenn es natürlich ein Neuwagen ist. Steuerfreier Rückfall. Es ist zum Beispiel in dem Zusammenhang so, dass wenn du deinem Kind schon vorher was geschenkt hast und dann in diesem Zusammenhang das Kind stirbt, dann gibt es hier den steuerfreien Rückfall. Das heißt, das Vermögen, das du vorher auf das Kind übertragen hast, kannst du sozusagen steuerfrei wieder erben. Das ist natürlich, wie gesagt, ja, kein Trost, aber es ist, wie gesagt, hier die Möglichkeit, dass du, wie gesagt, keine Steuern darauf zahlen musst, was du vorher dem Kind geschenkt hast. Dann kommen wir weiter zu einem anderen Punkt und zwar Vorerwerbe und natürlich steuerfreier Erwerb wegen Pflege- und Unterhaltsleistungen. Vorerwerbe brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Wenn innerhalb von zehn Jahren das Kind dir schon öfter was geschenkt hat, dann musst du, wie gesagt, immer wieder die Vorerwerbe mit einberechnen. Hier natürlich jeweils mit ein Zehntel und natürlich in dem Zusammenhang mehrfache Erwerbe. Das ist nur ein Punkt, den ich am Rande erwähnen will, aber das ist normalerweise sehr selten der Fall. Aber wenn es dazu kommen sollte, sollte man sowieso zum Steuerberater gehen. Und bei dem Bereich mit der Pflege, also der weitere Freibetrag aufgrund von Pflege, ist leider nicht möglich. Das heißt, die 20.000 Euro, die du als fremder Dritter hier bekommen würdest, sind steuerlich nicht möglich als Freibetrag. Kommen wir vom traurigen Teil zum Schenkungsteil, der doch etwas freudiger ist, denn da ist sicher, dass natürlich die beiden Personen noch am Leben sind, sowohl der Schenker als auch der Beschenkte. Vor allem im Bereich der Kryptowährungen durch Bitcoin, Ethereum und Neo und sonstiges haben natürlich die Schenkungen von Kindern an ihre Eltern stark zugenommen. Vor allem, ja, ich sage mal, Kinder ab 18, die sechs- oder siebenstellige Vermögen aufgebaut haben in diesem Bereich, haben ihren Eltern jetzt natürlich was geschenkt. Und da ist natürlich auch so, dass der Schenkungsfall natürlich auch beachtet werden muss. Hier ist man natürlich im Fall der Schenkung von den Kindern an die Eltern, nicht mehr in der Steuerklasse 1, sondern in der Steuerklasse 2. Und das hat natürlich den Nachteil, dass auch hier der Freibetrag von 100.000 Euro keine Anwendung findet, sondern der Freibetrag nur noch 20.000 Euro beträgt. Der weitere Nachteil ist, dass der Steuersatz wie in der Steuerklasse nicht mehr 7 bis 30 Prozent ist, sondern 15 bis 43 Prozent von den Geschenken, also was dann sozusagen den Freibetrag von 20.000 Euro übersteigt, wird dann mit 15 bis 43 Prozent besteuert. Kommen wir natürlich auch hier zum steuerfreien Rückfall. Der ist natürlich hier im Falle der Schenkung auch nicht möglich. Kommen wir also damit schon zum Schluss dieses kurzen Videos. Wenn es dir gefallen hat, dann lass ein Abo da. Vergiss auch nicht die Glocke zu drücken und einen Daumen nach oben da zu lassen. Schau doch auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Und dann sehen wir uns demnächst öfter und du kannst natürlich ein bisschen mehr Steuern sparen, kriegst mehr Steuern-News und Sonstiges. In diesem Zusammenhang, wenn dir was aufgefallen ist, ich einen Fehler gemacht habe oder sich gesetzlich was geändert hat, dann ab damit unten in die Kommentare. Auch sonstige Tipps, die du für die Community hast, ab damit unten in die Kommentare. Mein Name ist Roland und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.